Schuss, komm! Kippen! Kippen! Wir sind auch die Schnauze! Stopp! Kippen! Oh mein Gott, töten! Jawoll, nice! Und hier ist der auch noch! Ja, der Blitzcrank, der ist... War vielleicht ganz gut, dass er weggeraten ist... Aber ich bin dann noch richtig weg... Und nicht nur so halb, wir kommen wieder zurück. Okay. Gut, das hole ich mir als nächstes. Als nächstes hole ich mir. Magie, normal, normal, normal. Ja, Blitzkrieg ist egal. Das sind dreimal normal. Das heißt, wir gucken natürlich aus der normalen Rüstung. Hat man noch was mit normalen Rüstungen? Äh, bei einem Treffer, ein Angriffstherrn würde ich sagen. Das ist unpassend. Rüstung, Chance auf kritischen Treffer. Ist auch unpassend eigentlich. Bornpass-Panzer. Muss nochmal schauen, was ich mir dann hole. Ähm. Ich glaube, ich hol mir das hier. Komm, ich hol mir einfach das Ding da. Also, ich geh immer ein bisschen auf die Fans bei, ähm, bei meinen Viechern. Mindestens ein defensives Item muss sonder sein. Und da hinten geht's gleich richtiger. Habe ich schon acht Sekunden, acht Sekunden. Okay, acht Sekunden brauche ich gar nicht. Dann nutze ich mir jetzt immer noch ein paar Monster, weil... Langsam brauche ich die Laterne. Immer noch nicht da. Und hier haben wir eins. So, haben wir noch ein großes. Sind wir jetzt bei drei und... Ne, vier und so nicht. So, ich bin auch schon. Das heißt, eins fehlt noch. Dann hole ich mir den Drachen am besten. Euer Team hat einen Tänz-Richtling-Spaß. Komm, Timo, Jan. Ach komm, pack mal auch so. Komm mit. Greif mich an. Alter, was wird das denn jetzt? Stopp halt hier, maua egal. Fokus ruhig, das Ding ist, okay. Leute, ich habe ihn verbrannt. Ah ne, verbrannt habe ich angewendet. So, da habe ich jetzt so. Jetzt habe ich sie genommen. So, dann gehen wir hier das hier noch ganz kurz. Und wir geben uns dann weiter hier hin. Wieso haben wir noch nicht einen 1.6. Turm? Bist du, das kann doch nicht sein. Ich glaube, wir müssen jetzt, ich glaube, wir müssen hier was pushen. Ich push mal gleich die Top, äh, die Botlane. Report je international feed. Ähm, Chance auf kritischen Treffer. Ich glaube, ich brauche... Ah, ich muss es mir erst mal. Jetzt seht ihr mich, jetzt seht ihr mich nicht terminiert. Ein Gegner wurde getötet. Jetzt haben wir sie hier, haben wir hier auch mal ganz gut. Also es läuft nicht ganz so gut, wie ich gedacht habe. Ich habe 6 Tote, 3 Kills, aber eine Menge Assis-Zahl. Das ist halt wieder... Also es ist halt wieder so ein Game, wo du nur essest. Die Rede, fuck ja, verschlingt Monster, Champions und Ponys. So. Nur nicht mitkriegen, dass ich hier bin. Bam, 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 bam. Euer Team hat einen Turm zerstört. So, du stirbst. Oh, das werden zu viele. Nochmal Timo noch schnell gekillt. Ich setze mit der Laterne hier nochmal einen Link hin. Jumpen noch ein Stück weiter. Meine Kopie hat sich gerade umgebracht. Okay. Da waren eine Menge von Demos Pilzen. Wo sind sie? Ah, da sind sie hier. Komm her. Der Blitzcrank versteht seine Rolle als Support noch nicht so gut. Ja, nice. Oh, oh. Das überlebe ich nicht. Oder? Doch, ich habe es überlebt. Oh mein Gott, ich habe es überlebt. Kann ja nicht die Wahrheit sein. Wir haben überlebt. Wir haben überlebt. Ein Gegner wurde getötet. Ein kleines Stückchen näher. So. Nice. Okay, dann tue ich mich gleich wieder aufheilen hier. Sicherst du mich aufheilen? Das ist ja egal. So. Nur, ich bin gleich das hier noch. Wie bitte Level 17. Jetzt zieht ihr mich nicht. Ich bin der Beste im Team momentan. Ach du meine Güte. So. Ich müsste einzig allein wegen dem Mana zurück. Aber, deswegen gehe ich jetzt bestimmt nicht zurück. Ach, das ist der Timo. Nein. Mist. Hier wurde getötet. Wie hat sich der, der hat sich dahin gestohlen. Doppeltötung. Ich weiß nicht. Ich denke doch einfach mal drüber nach. Ähm. Ich hole mir jetzt natürlich die Lanze. Die mir, oh und, warte. Das maximal ein Leben. Okay, hat mir noch nichts dazugegeben. Jetzt als Bonus. Ich kann mir gleich noch das Ding hier holen. Und so, dass ich da nochmal 45 mehr Schaden mache. So, bin ich bei 313. Mal schauen, ob ich jetzt noch Bonus kriege. Oder ob der Bonus jetzt irgendwie schon gewirkt hat. Oh. Da lassen sie sich jetzt aber gut killen gerade. Nur die Wehnen ist besser. 313. Und wenn ich von der Base verschwinde. Wo bin ich? Das wird ein Speis. Ihr seid der Angeschmierte. Hat sie gedacht, sie kriegt mich auch nicht schlecht. So, dann gehen wir mal hier lang. Und nun ist ganz kurz im Farm da hinten. Ich hoffe, die Leute sind jetzt nicht so naiv und lassen sich doch noch killen. Sterbt, da da. Oh, ist das Farm, ey. Alter, ist das Farm. Jetzt seht ihr mich. Jetzt seht ihr mich nicht. Hauptsache, der Gegner stirbt nicht an der wichtigen Türme. Komm, ich versuche mal zu pushen. Ich kriege ja eh extrem viel Golf für die Minions jetzt. Pushen, pushen. Ich versuche zu pushen. Das wird ein Speis. Das wird ein Speis. Das wird ein Speis. Ich versuche, wenn ich mir nicht mehr weiß. So, jetzt noch. Und der links. Und hier noch ein Ding hin. Und los geht's. Und weiter geht's. Ihr seid wieder einfach. So, und noch hier lang. Komm, den kriegen wir noch, den kriegen wir noch. Schade, aber es war knapp, wenn die jetzt noch kommen wir in den Kill? Ja so helft ihr doch, ja so helft ihr doch alter das kann nicht sein Mach das viel wenigstens weg wasser mal leute habt ihr überhaupt irgendwas im körper haut das scheiß viel doch weg Timo, dem helfen sie auch nicht, ne machen sie nicht, aber sie killt jetzt Timo und ich kenne sie jetzt hier, je nachdem ob ihr ein gutes Mittel macht aber wahrscheinlich nicht Oh mein Gott was für ein Team So, geht Timo auf AD, ja gell, ne geht es ab hier und von Timo habe ich ein bisschen Schiss Darum mache ich jetzt was anderes bevor ich mir das so, ach so geht er gar nicht gell Oder? Moment, choose one, ne geht nicht, doch geht Ah, noch nicht ganz, ich brauche noch 300 Das wird ein Speis Jetzt seht ihr mich, jetzt seht ihr mich nicht Ich weiß nicht was sein Problem ist, aber er stirbt Ich weiß nicht was sein Problem ist, aber er stirbt Finde ich gut, was er gerade gemacht hat Das reicht immer noch nicht, äh, langweilig So, dann warten wir auf mich, gell, ladies Können sie eventuell catch, catch sie doch, was ist das Problem daran sie einfach weg zu catchen Ah, ffff, Mist das hat dann habe ich gar nicht gedacht dass die asser zählen können mist 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 und ich habe ja das war's für unseren der hängt noch irgendwo rum dann muss ich mich ganz schnell um mein gott mein gott nein ich da auch noch mal kommt nicht der als schwede ernsthaft wir verlieren das ihn komplett ach du meine gute ja das war's mit jacko wieder einmal steve eigentlich ganz gut für jacko am ende habe ich ordentlich der mensch drückt wie gesehen habe es ist auch wichtig also meiner meinung ist es ziemlich wichtig am ende auch zu gucken auf was gehen die leute auf was muss man seine rüstungskillen wenn du fünf leute hast die auf ap gehen dann natürlich dann ist dieses schwert was ich mir da geholt habe extrem gut und ja ansonsten war es eine schlechte runde für jacko war es eine mittelmäßige runde und wir sehen uns beim nächsten mal tschüss